Heute ist der letzte Tag der Kirchweih-Dult, auf dem Maria-Hilf-Platz. Und weil der in der Au liegt, heißt die Duld auch Auerdult. Geht's mit? Vielleicht versteht's dann, warum Münchner so gern da hingehen. Die erste Duld hat's ja schon im Jahr 1310 gegeben, aber erst seit Ende des 18. Jahrhunderts in der Au. Auf den vielen Standeln gibt's gleich alles. Geschirr, all die Möbeln und einfach alles, was man braucht und nicht braucht, aber trotzdem möchte. Freilich, der billige Jakob darf auch nicht fallen. Und die Marktschreier haben zahlreiches Publikum. Das ist doch praktisch. Da brauchst du nie mehr neue Klamotten. Aber wir freuen uns. Und ein Hosenträger für den Mann ist heuer auch noch rausgesprungen. Ich muss erst zuschneiden, bevor wieder genäht wird. Ja, 32 Jahre mach ich das jetzt. Da lernt man schon so einiges dazu. Von vorne schaut er so aus. Zum Verstellen einfach zwischen die Bandel greifen und einfach auseinander ziehen und wieder nach unten zuschneiden. Durch eine kleine Papiertüte rein und dann geht's so. Also, servus bis nächstes Jahr. Servus, bis nächstes Jahr.